Chelsea ist weiter, Dortmund ist raus, alles weitere jetzt im Fazit. Ja, Fair Play muss an der Stelle mal sein. Herzlichen Glückwunsch FC Chelsea zum Weiterkommen in die nächste Runde. Aber Thema Fair Play, wenn wir schon dabei sind. Wie war das bei euch so? Also, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so ekelhaft gespielt hat wie der FC Chelsea. Da kann man mal sehen, wie nötig man es hat an der Stelle. Und die Fans nehmen wir auf jeden Fall mal mit in die Verlosung. Denn wenn der Ball mal auf der Tribüne war, hat es gefühlte fünf Minuten gedauert, bis er wieder zurück war. Die Fans haben den Ball nicht zurückgeworfen von der Tribüne. Die Balljungen waren auch nicht da, die hatten auch keinen Bock, die hatten alle schon Feierabend. Das hat lange gedauert und dann hat Chelsea viel getreten. Aber wenn sie selber getreten worden sind, dann lagen sie am Boden und das tat alles furchtbar weh. So gesehen zum Beispiel beim eben erst frisch eingewechselten Gallagher. Und dann lag er hinterher in der Nachspielzeit da und das tat alles so weh. Und man hat nur Zeit geschindet. Und das war wirklich, wirklich ekelhaft. Und ganz ehrlich, dann haben sie einen Trainer. Ja, da ist eine Riesenpetition am Start. Keiner will den haben. Aber jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt freut er sich in Ast. Aber wir sind hier weiter wie der Chelsea. Aber ja, stimmt. Wir haben aber auch 600 Millionen Euro in zwei Transferperioden ausgegeben. Herzlichen Glückwunsch und kaufen alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Super Verein. Richtig sympathisch. Feier ich Chelsea. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Zu einem Verdienten weiterkommen. Und das ist das Schlimme. Das ist verdient. Ja. Aber ansonsten ist das ein Verein. Hör mal, da kannst du irgendeinen Zwangsabstieg machen. Da braucht ja keine Menschenseele. Wie kann man denn Fan von so einem Verein sein? Das verstehe ich. Ja, egal. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Wir packen uns jetzt auch nochmal besser an die eigene Nase. Denn das müssen wir tun. Ja, ich schicke es direkt mal vorweg. Beim BVB haben Stammkräfte gefehlt. Auf jeden Fall. Ein Ria Song konnte nicht. Ein Adeyemi konnte nicht. Ein Brand, unser wichtigster Spieler momentan, musste sehr früh vom Platz mit einer Muskelverletzung. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle dazu. Hat sich hinten ein Oberschenkel gepackt. Und dann war es das. Und du hast gemerkt, das ist merklich auch ein Bruch im Spiel von uns. Definitiv. Ja. Aber das kann ja nicht alleine die Erklärung sein. Ja. Eine eingespielte Elf hatten wir. Und ja. Da haben vier, fünf, sechs Spieler von gefehlt. Natürlich ist das ein riesen Handicap. Aber trotzdem muss man sagen, haben wir uns sehr beeindrucken lassen. Am Anfang sind wir überhaupt nicht in die Partie gekommen. Was ich aber viel, viel eklatanter finde, ist gerade zum Ende hin, als Chelsea dann geführt hat und zu dem, wie die geführt haben, kommen wir jetzt gleich auch nochmal, weil das ist für mich der nächste große Skandal in diesem Spiel, den ich überhaupt nicht akzeptieren kann und überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber sei es drum. Dann führt Chelsea 2-0. Du brauchst ein Tor als Borussia Dortmund auswärts, um zumindest mal in die Verlängerung zu kommen. Du bist ja nicht geisteskrank abgeschlagen. Es ist ja nicht irgendwie so, dass Chelsea uns komplett auseinandergenommen hat und irgendwie, keine Ahnung, 6-0 führt und wir können das Spiel so runterplätschern lassen. Und dann machen wir viel zu wenig. Wir sind viel zu passiv. Wir sind viel zu inaktiv. Wir haben wieder Fehlpässe ohne Ende. Wir sind wieder viel zu lieb. Wir kommen in gar keine Abschlusssituationen. Wir hatten gar keinen Sturm. Das war vorne irgendwie gar nicht existent. Wir haben überhaupt gar keine Entlastung hinbekommen. Überhaupt nicht. Ich hatte einfach das Gefühl und das ist wieder so dieses alte Muster und das ist das. Nicht, dass wir gegen Chelsea rausfliegen. Nicht, dass wir gegen so eine Milliardärstruppe da irgendwie nicht weiterkommen. Das ärgert mich nicht mehr. Aber dass wir es nicht mal gefühlt versuchen, uns irgendwie nochmal nach vorne da alles nach vorne zu werfen und irgendwie alles zu geben und so. Das ist das, was mich einfach so brutal sauer macht, traurig macht, weil ich mir denke, werf doch, in Gottes Namen, werf doch einfach alles nochmal nach vorne. Mach doch nochmal lange Bälle. Mach doch einfach nochmal, versuch das doch nochmal mit der Brechstange. Aber das können wir irgendwie nicht. Da haben wir nochmal hinten rum aufgebaut. Keiner bietet sich an. Keiner kommt dem Ball entgegen. Es tut mir leid. Wirklich. Ich will nicht auf Einzelne draufhauen. Und trotzdem muss ich es wieder tun. Ein Gio Reiner kommt dann rein für den Julian Brand, weil wir früh wechseln mussten. Und alle haben sich gefragt, warum ist denn momentan ein Gio Reiner so außen vor? Das Resultat haben wir heute auf dem Platz gesehen, warum der so außen vor ist. Das war gar nichts. Das war wirklich weniger als gar nichts. Das war, ich laufe mal so ein bisschen da rum wie Falschgeld. Ja, er hat eine gute Aktion gehabt mit einem richtig scharfen Querpass in den 5-Meter-Raum, wo eigentlich einer von uns stehen muss. Dann hätte er vielleicht ein geiles Tor vorbereitet. Aber abgesehen davon, unsichtbar. Je länger das Spiel dauerte, muss man sagen, offensiv wie defensiv. Ein Marco Reus als Kapitän, unsichtbar. Ein Emre Can als unser Führungsspieler, heute unsichtbar. Weite Teile sogar noch gut gespielt, gut gekämpft und so weiter und so fort. Ich glaube, auch die Spieler waren teilweise verzweifelt. Ein Jude Bellingham, der hat sich komplett an die Leiste gefasst. Der hat ein Knie getaped bis nach Mexiko. Der Junge pfeift aus dem letzten Loch, der geht auf der letzten Rille. Wir schleppen die irgendwie durch und dann resultieren diese Verletzungen, wie wir sie jetzt bei Brandt haben, weil wir die in jedes Spiel reinwerfen und immer spielen lassen und immer spielen lassen und immer spielen lassen. Es war doch klar, dass das irgendwann so kommen muss. Das war doch einfach klar, dass das passieren muss. Aber nein, spielt einfach immer weiter und spielt einfach immer. Ich verstehe es nicht. Und wir haben einfach keinerlei Entlastung gehabt. Wir haben nicht mutig gespielt. Wir haben nicht nach vorne gespielt. Wir haben verteidigt. Ja, wir hatten teilweise mal in der ersten Halbzeit irgendwas mit 72, 73, 74 Prozent Ballbesitz. Ja, aber wir haben halt mit diesem Ballbesitz auch nichts angefangen. Ein Sebastian Allaire hing völlig in der Luft, hat die hohen Anspiele seltenst überhaupt mal festmachen können. Muss man leider so sagen. Ja, er hat sie mal festgemacht. Aber ansonsten war das heute auch nichts. Und jetzt kommt mir nicht mit, ja, den muss man jetzt aber noch in Schutz nehmen und so weiter. Ja, muss man. Ja, natürlich bin ich froh, dass diese schlimme Krankheit überstanden ist, dass er überhaupt wieder auf einem Platz stehen kann. Aber irgendwann musst du auch einen Allaire sportlich bewerten können. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil er steht auf dem Platz. Er ist einer von elf Akteuren für Borussia Dortmund. Also kann man ihn genauso bewerten wie alle anderen auch. Und das war heute leider einfach nichts. Und das war aber auch von vielen anderen nichts. Das verstehe ich einfach nicht, weil du hast die Chance. Wie gesagt, mit einem Treffer bist du wieder voll drin in der Partie. Aber das war dann vielleicht auch zu abgewichst von Chelsea am Ende und zu wenig abgewichst von uns. Und das ärgert mich leider maßlos. Ja, es ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Mir war klar, irgendwann wird so eine Serie reißen. Es kann auch sein, dass wir rausfliegen heute. Bla, 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 brauchte mir alle nicht mitkommen. Das ist mir ja klar. Und trotzdem gebe ich mich mit sowas dann am Ende des Tages nicht zufrieden. Und jetzt kommen wir zu den Toren. Ja, meinetwegen, das erste interessiert mich noch viel weniger. Aber es ist vielmehr das zweite, denn es ist ein Handelfmeter gegen Marius Wolf. Und ja, die Hand ist wieder da draußen. Und der Schiedsrichter guckt sich das am Bildschirm an. Wunderbar, es ist ein Handspiel. Ist es eins, ist es keins. Wir haben nun mal irgendwie vier Extremitäten. Zwei Beine, zwei Arme. Wo soll dieser Arm von Wolf denn hin? Aber sei es drum, wir geben jetzt diesen Elfmeter. Wunderbar, klasse. Und dann schießt Havertz. Und er schießt an Innenpfosten. Der Ball springt raus und es ist geklärt. Und alle jubeln so. Ja, geil, Alter. Und dann wird dieser Elfmeter wiederholt. Weil zu früh reingelaufen wird in den 16-Meter-Raum. A, fängt ein Chelsea-Spieler damit an, zu früh reinzulaufen. B, rennen dann ganz viele zu früh rein. Okay, alles klar. Aber wenn das gegeben wird, wenn das die Wiederholung des Elfmeters ist, weil zu früh in den 16er gelaufen wird, Digga, dann musst du einfach jeden Elfmeter auf diesem Planeten auch wiederholen lassen. Punkt. Weil jeder Spieler läuft immer zu früh rein. Und jetzt erzähl mir nicht, er hat zu weit reingelaufen oder zu auffällig reingelaufen oder es waren einfach zu viele. Das macht jeder. Wenn das die Regel ist, weil du ja nicht reinlaufen darfst, dann ist es halt so, wunderbar. Aber dann, wie gesagt, musst du bitte in der Bewertung jeden Elfmeter in Zukunft genau so wiederholen lassen. Jeden. Jeden. Dann haben wir richtig Spaß mit Elfmetern. Verstehe ich nicht. Also, das hatte wirklich das Geschmäckle. Der Schiri sagt, oh, der ist nicht drin. Das reicht ja nicht für Chelsea. Ah, den. Wiederholen wir. Da ist einer reingelaufen. Es ist ja immer einer reingelaufen. Also, kannst du jetzt jedes Mal sagen, ja, einer ist zu früh reingelaufen. Dann wiederholst du diese Elfmeter jedes Mal. Verstehe ich nicht. Aber gut, sei es drum. Wir müssen uns an die eigene Nase packen. Es war für ein Weiterkommen. Leider auswärts in Chelsea. Klar, schwierig. Starke Truppe von Chelsea. Und so weiter. Und so fort. Ist mir klar, irgendwie, wenn Marco Reus vor dem Sterling-Tor sogar noch irgendwie mehr in diesen Zweikampf kommt und den da richtig rausgeklärt kriegt. Leider nicht. Das ist auch schon wieder so sinnbildlich. Ping-Pong, Ping-Pong. Dann ist er bei Sterling, der heute umtriebig war, der wieder zurück war, im Hinspiel noch gefehlt hatte. Und dann fällt dieses Tor halt auch gar nicht. Auch da fehlte es schon an Energie. Auch da fehlte es an Entschlossenheit, diesen Ball da rauszukriegen. Wir waren heute einfach nicht gut. Das muss man bei aller Kritik auch einfach mal anerkennend sagen, dass Chelsea da besser war und dass Chelsea unterm Strich bei allem, was ich so vom Stapel lasse, auch verdient weitergekommen ist, weil wir es einfach nicht verdient haben, weil wir es auch einfach nicht so richtig nach vorne gewollt haben. Wenn wir so Gas gegeben hätten auf dem Platz über wirklich die ganze Distanz, wie es die Auswärtsfans gemacht haben, dann wäre da viel mehr drin gewesen. So müssen wir uns leider geschlagen geben und müssen uns jetzt diesen Mund abputzen, weil am Samstag, verdammt nochmal, ist Derby. Und wenn das nicht besser gemacht wird und dann ist es mir scheißegal, wer da auf dem Platz steht, ob die ein bisschen hinten dran waren, ob das der 12., 13., 14. Mann war. Man kann sagen, ja, man muss jetzt einen Gio Reyna auch in Schutz nehmen, der hat ja auch lange nicht gespielt. Ja, wir haben gesehen, warum er lange nicht spielt. Sorry, wer so behäbig teilweise auch über den Platz läuft, der hat ja auch nicht verdient zu spielen. Und mir ist es scheißegal, am Samstag ist Derby. Das ist wichtiger als die Meisterschaft. Das ist Meisterschaftsrennen für uns sogar noch. Das sind jetzt die Titel, wo wir uns jetzt noch drauf konzentrieren müssen. Also reißt euch verdammt nochmal Samstag in dieser Turnhalle den Arsch auf und nehmt den Kampf an, weil Chelsea war in den Zweikämpfen die erwachsene Mannschaft und wir waren eine Kindertruppe, ne Kirmestruppe waren wir teilweise. Wir haben uns komplett den Schneid abkaufen lassen und das geht mir einfach auf den Sack. Und das ärgert mich einfach, weil da doch mehr drin gewesen wäre mit einer besseren Leistung. Ja, Stammspieler haben gefehlt, hin und her, Verletzungspech, Brand raus und so weiter. Natürlich lasse ich das alles in die Bewertung mit einfließen und das schmillert natürlich das auch ein bisschen. Auf jeden Fall, Kobel, natürlich hat auch gefehlt, aber ein Alex Meyer hat es brutal stark gemacht, muss man an der Stelle mal sagen. Ein Alex Meyer hat zwei, drei, vier richtig gute Dinger gehalten, wo du dachtest, da steht der Kobel im Tor. Daran hat es nicht gelegen. So, deswegen, wir müssen uns jetzt dringend straffen und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen und runterfahren und irgendwie versuchen zu schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder guten Morgen oder einen guten Tag oder wann auch immer ihr das hier guckt. Und ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare zu diesen Situationen, zu Borussia Dortmund, zu Chelsea, zu allem, was heute passiert ist. Schreibt es einfach gerne mal rein. Ich lese es mir durch. Ich kommentiere auch wieder fleißig. Wenn euch dieses Fazit gefallen hat, Daumen nach oben. Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich bin raus, euer Toxi. Und trotzdem, scheißegal, nur der BVB. Aber nur der BVB, Freunde. Es gibt nichts anderes. Tschüss.